Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier auf meinem Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute möchte ich euch 10 Spiele vorstellen, die ich richtig cool finde, die aber tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar laufen. Ab geht's! Es gibt immer mal wieder Spiele, die in der Masse untergehen, die aber total cool sind eigentlich. Und davon möchte ich euch heute 10 Spiele vorstellen. Zumindest finde ich diese Spiele cool und ich finde, sie hätten ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr habt bestimmt auch Spiele, bei denen ihr denkt, diese könnten mehr Aufmerksamkeit verdienen. Schreibt gerne mal in die Comments, welches eure Spiele unter dem Radar sind, die ihr richtig cool findet. Vielleicht überschneiden wir uns ja. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Comments. Und wo wir gerade dabei sind, könnt ihr auch direkt nochmal den Abo-Button drücken und meinem Video hier einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich über eure Unterstützung hier auf meinem Kanal freuen. Und ja, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr, wenn ihr hier den Abo-Button drückt. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Kommen wir zu Platz 10. Auf Platz 10 habe ich Windward gesetzt. Windward ist ein wirklich sehr spezielles Spiel. Im Grunde genommen ist es ein Pick-up-and-Deliver-Spiel, bei dem wir aber tatsächlich doch sehr hohe Interaktionen haben. Bei Windward sind wir auf einer Wüstenkarte unterwegs, eingeteilt in kleine Hexteile oder Hexfelder. Und in der Mitte haben wir eine große Stadt und wir fliegen dann mit unseren Segelschiffen, ja, wir fliegen mit unseren Segelschiffen über diese Landschaft und versuchen dort, solche verschiedenen Kreaturen zu bekämpfen und deren Zähne einzusammeln, um sie dann in der Stadt möglichst gewinnbringend zu verkaufen, beziehungsweise dann damit Punkte zu machen. Und das Witzige an dem Spiel ist, dass die Bewegung sehr speziell ist, denn wir können uns mit unserem Schiff, ja, eine bestimmte Anzahl von Schritten bewegen, aber je nachdem, ob wir vielleicht auch mit dem Wind fliegen, können wir uns unendlich weit bewegen. Das heißt, man muss immer schauen, wie der Wind steht und dann muss man seine Route möglichst gut planen, dass man genau dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Und natürlich kann es auch passieren, dass man, ja, dem gegnerischen Schiff irgendwie in die Quere kommt, es angreift und dann vielleicht auch die Fracht des Schiffes ergattert, um das dann selber an der Stadt zu verkaufen. Es ist ein sehr cooles, taktisches Hin und Her. Es ist natürlich ein Pick-up-and-Deliver, das muss man mögen, aber ich muss sagen, ja, materialmäßig ist es mega. Ich finde es tatsächlich mit der Erweiterung auch spielerisch extrem cool. Es sieht toll aus, hat ein außergewöhnliches Thema, es hat super interessante Mechanismen und ja, Windward geht, ich finde, viel zu sehr unter und ich kenne, also bis auf so mein, in meiner Mini-Bubble hier, in meiner Brettspiel-Bubble mit den Leuten, mit denen ich so spiele, da gibt es einen, der das auch richtig cool findet und richtig abfeiert, mit dem ich das auch schon gespielt habe. Aber ansonsten habe ich irgendwie nie irgendwie links und rechts von mir irgendwo mal mitgekriegt, dass das jemand gespielt hat. Also es ist definitiv ein Spiel, was viel zu sehr unter dem Radar läuft. Dann kommen wir zu Platz 9. Auf Platz 9 habe ich Five gesetzt. Five ist ein Spiel, ein kleines, ja, was ist es, ein Logik-Spiel, ein Setzspiel, ein Legespiel, bei dem wir in so einem Karibik-Setting Surfboards, ja, kompletieren müssen. Es ist so, dass wir so eine Tafel haben und auf diese Tafel können wir verschiedene Steine setzen, die wir immer aus dem Beutel ziehen. Dann können wir uns immer welche aussuchen, die haben verschiedene Farben und verschiedene Symbole. Und es ist so, dass wir solche Surfboards haben in jeder Zeile und jeder Spalte, die bestimmte Aufgaben zeigen, die wir dann kompletieren müssen. Und beziehungsweise, ja, wir können diese Surfboards da nämlich erst hinlegen. Das heißt, während des Spiels, während wir diese Steine ziehen und auf unser Board legen, können wir entscheiden, welche Surfboards wir an welche Reihe und an welche Spalte legen, um dann diese Aufgaben zu erfüllen. Ich finde es ein sehr cooles, pfiffiges, kleines Legespiel. Nicht zu schwierig, nicht zu leicht. Und ich muss sagen, als das rausgekommen ist, war ich ein bisschen überrascht. Ich habe mit vielen Leuten gespielt und alle fanden das auch so, ja, ist ganz cool und so. Aber ich habe nie irgendwo so diesen Hype erlebt, den das Spiel, finde ich, hätte gebraucht oder den das Spiel auch verdient hätte. Deswegen wundert mich das so ein bisschen, dass Pfeif so unglaublich untergegangen ist. Vor allem, es sieht auch toll aus. Ich finde dieses Setting mit den Surfboards, finde ich super. Ich finde dieses Material toll mit den Steinen. Ich finde, das Spiel sieht geil aus. Hat einfach einen super einfachen, eingängigen Mechanismus. Boah, warum hat das nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann kommen wir zu Platz 8. Auf Platz 8 musste ich Cooper Island setzen. Cooper Island ist ein kleines, ja, es ist schon ein Expertenspiel, also gar nicht so klein, bei dem wir eine kleine Halbinsel haben und zwei Schiffe, die in unterschiedlichen Richtungen um diese Inseln, um diese Halbinseln herumfahren. Und wir müssen nun auf unserer Insel, ja, Landschaftsplättchen legen und zwar in so einem 3D, also so 3D-mäßig. Dann ist es immer quasi, legen wir immer, wenn wir es gebaut haben, eine Ressource auf dieses Landschaftsplättchen und diese Ressource ist dann immer genauso viel wert, wie diese Landschaft in dem Moment hoch ist. Und dann muss man es schaffen, möglichst irgendwie effektiv zu bauen, genau die richtigen Ressourcen zu haben, um seine Gebäude zu bauen. Man möchte dann noch solche kleinen Schiffsplättchen bauen, um mit seinen Schiffen noch ein paar Boni abzugrasen. Und ja, es ist ein super kompliziertes Expertenspiel, bei dem es wirklich auf jede Kleinigkeit ankommt, um Punkte zu machen. Und ja, es ist ein bisschen friemelig, es ist von den Regeln nicht so super krass eingängig, aber es ist so ein geiles Expertenspiel mit auch noch so einem coolen Thema, mit so einem coolen Mechanismus mit diesem Hochbauen, dass die Ressourcen dann so viel wert sind. Und dann kann man auch noch Gold haben, wenn man dann irgendwie seine Steine genug hat. Und dann kann man noch solche Dörfer bauen und dann muss man aufpassen, dass man sich das nicht verbaut. Dann muss man entscheiden, ob man seine Insel weiter erforscht oder nicht. Also, es gibt so viele Entscheidungen, die man treffen muss. Und ich verstehe es einfach nicht. Das ist, glaube ich, von 2019 gewesen und niemand hat darüber geredet. Es ist nirgendwo in irgendwelchen Toplisten erschienen und ich verstehe das gar nicht, weil es ist so ein cooles Spiel. Deswegen, ja, Cooper Island finde ich super verdient auf der Acht. Kommen wir zu Platz 7. Auf Platz 7 habe ich Keystone North America gesetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ein Spiel ist, was unter dem Radar läuft. Weil man es tatsächlich überall auch im Handel sieht und es wird zu Schleuderpreisen rausgehauen, was ich nicht ganz verstehe. Also, anscheinend verkauft es sich einfach nicht so gut und deswegen müssen sie das machen, weil sie es loswerden wollen. Aber ich finde das ein super Spiel. Und das hat ein bisschen das Problem gehabt, glaube ich, dass das so in der Zeit von Living Forest und Cascadia und so herausgekommen ist. Und natürlich auch mit diesem Naturthema aufwartet und es irgendwie nicht geschafft hat, sich durchzusetzen. Bei Keystone North America versuchen wir auf einem 4x4, sind es glaube ich, ja, 4x4 Raster Karten zu legen. So verschiedene Naturkarten oder Tierkarten, die immer in einem bestimmten Biotop leben können oder auch in mehreren und die dann noch so Spezialsymbole haben. Und wir müssen immer eine fortlaufende Reihe von Zahlen bilden, um dann jede Reihe und jede Spalte dann am Ende des Spiels einzeln zu werten. Super knifflig, man hat wieder coole Entscheidungen, die man treffen kann, mit welcher Reihe, welche Spalte gebe ich auf, um hier und da mehr Punkte zu machen. Es gibt noch so Sonderaktionen, die man machen kann, um seine einzelnen Reihen und Spalten noch irgendwie aufzuwerten. Ja, mega cool und es sieht toll aus, hat tolle Illustrationen mit den ganzen Tieren und den Pflanzen, die da drauf sind und super schnell gespielt. Also, ja, es ist ein bisschen, es fühlt sich nicht so belohnt an, weil es doch recht knifflig ist und man dann doch die eine oder andere Reihe dann aufgeben muss. Und dann funktioniert das nicht und dann hat man wieder die Karte nicht, die man irgendwie haben möchte. Aber ein tolles Spiel mit einem tollen Mechanismus, ein bisschen zum Knobeln, schönes Thema. Boah, wieso ist das nicht irgendwie mehr gehypt oder warum? Ich weiß gar nicht, vielleicht finden das auch viele einfach schlecht, aber ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Also mir gefällt es wirklich richtig gut und ich finde, es hätte auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Kommen wir zu Platz 6. Auf Platz 6 habe ich Amalfi. Amalfi ist ein Spiel, was ich letztes Jahr auf der Messe gekauft habe von einem, glaube ich, super kleinen Verlag. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie sie heißen. Es war auch eine super kleine Auflage. Und bei Amalfi versuchen wir, ja, quasi so Küstenstädte abzulaufen mit unserem Boot und, ja, unsere Kartenhand so ein bisschen zu verbessern. Es ist relativ schwierig zu beschreiben, aber es funktioniert unglaublich gut, dieses Spiel. Wir können, ja, auf den einzelnen Häfen dann noch, ja, solche Sachen bauen. Wir können quasi Karten ausspielen, um Punkte zu machen. Wir können dann, ja, unterschiedliche Aktionen machen. Sieht ein bisschen altbacken aus, auch vom Cover und so. Das ist okay, aber es funktioniert unglaublich gut. Und das Coole ist, Amalfi hat so unterschiedliche Decks, die sich dann immer so leicht unterschiedlich spielen. Das finde ich auch ziemlich cool. Da gibt es irgendwie dann so ein Deck, das geht dann vielleicht eher auf so Spielendepunkte. Dann gibt es ein Deck, da will man, ja, bestimmte, ähm, solche bestimmten Arten von Plättchen sammeln, ähm, um noch mehr Aktionen zu haben. Dann muss man immer mit seinen Schiffen noch gucken. Es gibt immer quasi Schiffe, die irgendwie bereit sind. Und dann kann man aber auch noch Schiffe unbereit machen. Und dann kann man sie irgendwie noch opfern, um auf irgendwelchen Leisten hochzulaufen und so weiter und so fort. Also da gibt es richtig viel zu tun. Das hat mir richtig gut gefallen bis jetzt mit jedem, mit dem ich das gespielt habe. Ich fand das alle klasse. Und ja, hat man auch relativ wenig drüber gehört. Und ja, dieses Spiel läuft völlig unterm Radar. Kommen wir zu Platz 5. Auf Platz 5 ein Spiel, das habe ich schon auch in früheren Videos immer mal wieder genannt. Hat anscheinend nicht geholfen, weil irgendwie habe ich auch immer noch nicht so viel Hype erlebt. Schon ein bisschen mehr, so in den letzten Monaten vielleicht. Aber es ist dann doch relativ schnell wieder abgeebbt und man spricht gar nicht mehr drüber. Ist natürlich auch schon ein bisschen her. Und ja, bei der Vielzahl der Spiele ist es natürlich auch verständlich. Aber ich finde, Katharina läuft völlig unter dem Radar. Ich finde, so ein Spiel gehört einfach in jede Spielesammlung. Katharina ist ein super hässliches Spiel, was wirklich richtig krude aussieht und auch ein richtig scheiß Thema hat. Aber es funktioniert unglaublich gut. Bei Katharina ist es so, dass wir immer zwei Kartenreihen haben. Und wir müssen immer eine Karte nach oben spielen. Und wir müssen eine Karte nach unten spielen. Und je nachdem, was wir wo spielen, da können wir dann unterschiedliche Aktionen ausführen. Und dann haben wir so ein Board mit so verschiedenen Städten. Und dann müssen wir verschiedene Städte abarbeiten und dann so ein Netzwerk bilden auf dem Board. Um möglichst viele Punkte zu erlangen. Da gibt es noch so eine Leiste, wo man hochlaufen kann. Das ist dann nochmal so ein Multiplikator. Ja, und so versucht man dann während des Spiels Punkte mit seinen Karten zu machen. Mit diesem Netzwerk, was man da aufbauen will. Und mit diesem Multiplikator. Und super fluffig gespielt. Man zieht die ganze Zeit Karten, spielt die ganze Zeit Karten. Es gibt coole Aktionen. Es gibt coole Synergien zwischen den Karten und so. Richtig cool. Also es ist ein super cooles Kartenspiel. Mit einem kleinen Board noch dazu. Und ja, wer das nicht gespielt hat, der muss das unbedingt mal ausprobieren. Das läuft sowas von unter dem Radar. Kommen wir zu Platz 4. Auf Platz 4 habe ich High Rise gesetzt. High Rise ist ein Stadtbauspiel, bei dem wir Wolkenkratzer bauen. Wir sind quasi in Downtown Manhattan. Und wir versuchen dort Wolkenkratzer hoch zu jagen. Es ist im Grunde genommen eine Art Mehrheitenspiel oder Mehrheitenwertung. Wir wollen quasi immer in bestimmten Momenten die höchsten Wolkenkratzer in bestimmten Gebieten haben, um dort dann Punkte zu erlangen. Und das Ganze findet dann auf so einem Rondellmechanismus statt. Das heißt, wir können unsere Spielfigur beliebig weit quasi bewegen. Und immer der, der am weitesten hinten ist, ist dran. Und dann können wir verschiedene Aktionen machen. Wir müssen dann Ressourcen uns sammeln. Wir können diese Ressourcen dann in so Blueprints verwandeln. Und dann können wir diese Ressourcen ausgeben, um dann in den bestimmten Distrikten diese Wolkenkratzer zu erstellen oder zu bauen. Sieht super aus mit diesen Wolkenkratzern. Das ist mega cool. Das hat eine richtig geile Tischpräsenz. Ich finde diesen Rondellmechanismus klasse. Der ist auch nicht zu viel Downtime am Start. So wie bei Kavi, wo man ja tatsächlich irgendwie zwei Worker auf einem Rondell hat und dann ewig nicht dran sein kann. Das ist bei High Rise gar nicht so. So, ja gut, das mit den Mehrheiten, das muss man halt irgendwie mögen. Und dann gibt es halt noch, ja, so Special Karten. Man kann so extra Aktionskarten haben oder so Verbesserungen, die einem dann auch irgendwelche Vorteile bringen. Und so, mega cool. Also muss ich sagen, High Rise, das habe ich auch hier immer noch in meinem Schrank. Eines der Spiele, die ich immer noch abfeiere, wenn ich das spiele. Kommen wir zu Platz 3. Auf Platz 3 schon wieder ein Startbauspiel. Und zwar Small City. Small City ist, ja, ein bisschen vergleichbar mit Die Klinik. Es ist auch von Albans Villar und es ist ein knallhartes Expertenspiel, bei dem wirklich jeder Fehler böse ausgehen kann, muss man sagen. Bei Small City versuchen wir, ja, eine Stadt zu bauen und wir versuchen quasi auf so einem, ja, was heißt Stadt zu bauen. Wir haben so ein, ja, so ein Tableau und auf dem versuchen wir verschiedene Stadtbau oder Stadtteile zu puzzeln in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Und da müssen wir dann sehr speziell, ja, sehr spezielle Legeregeln beachten. Das ist alles sehr, sehr gemein, sag ich mal. Das muss man sich auch alles merken. Und dann, ja, versucht man irgendwie möglichst die größte Stadt zu bauen, beziehungsweise die meisten Punkte mit seiner Stadt zu machen. Und da kann man dann noch auf öffentliche Gebäude einen Run haben. Also wer da irgendwie das Erste nimmt, hat dann irgendwie einen Vorteil. Weil es geht dann ein bisschen auch darum, seine Finanzen, ja, irgendwie zu managen. Weil, ja, wenn man sich da übernimmt, sieht man auch mal ganz schnell alt aus. Man muss dann auf Umweltverschmutzung und so achten. Also da gibt es wirklich sehr viele Sachen, die man beachten muss. Das ist wirklich knallhart. So ähnlich quasi wie die Klinik und auch ein bisschen friemelig, muss man sagen. Aber, hä, das ist mega. Ich liebe dieses Spiel. Und klar, es dauert immer so ein bisschen, bis man da wieder reinkommt und so. Aber wenn man das einmal irgendwie gecheckt hat, wie das Spiel läuft, ist das so gut. Es ist so, man kann so viel machen mit den Möglichkeiten, die man hat. Wie man seine Stadt aufbaut, was effektiv ist, was nicht. Dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade mit der Größe der Stadt. Und dann gibt es noch so ein, ja, quasi so ein Rondellmechanismus, wo man aus so einem Kreis solche Aktionen noch zieht oder irgendwelche Vorteile zieht und so. Richtig cool. Also Small City ist auch eines dieser Spiele. Ja, weiß ich gar nicht. Sind die einfach ein bisschen zu kompliziert dafür, dass sie abgehen können, dass sie gehypt werden können? Oder liegt es daran, dass es so ein Expertenspiel ist, was sowieso nicht von so vielen gespielt wird? Verstehe ich gar nicht so genau, warum das nicht mehr gehypt wird. Denn die Vital Lacerda-Spiele werden doch auch gehypt und die sind auch super komplex und super friemlich teilweise. Natürlich auch super gut, aber ja, da geht irgendwie Small City so ein bisschen unter, muss ich sagen. Dann kommen wir zu Platz 2. Auf Platz 2 auch wieder ein alter Bekannter. Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon etwas länger gucken, haben das Spiel sicherlich schon mal gehört. Und ich habe auch sicherlich schon öfter von Monasterium in den verschiedensten Videos, Toplisten und ja, was auch immer für Videos, die irgendwie Spiele positiv hervorheben sollen, berichtet. Monasterium ist so ein geiles Game. Monasterium ist ein Spiel, bei dem das Thema ist und das Artwork auch. Und, aber das Spiel funktioniert einfach richtig gut. Beim Monasterium laufen wir auch quasi in so einem, ja, es ist ein Rondellmechanismus. Wir laufen mit quasi so einem Tier die einzelnen, ja, was ist das, Kirchen ab. Und wir müssen in diesen Kirchen dann verschiedene Dinge platzieren. Wir müssen da schauen, dass wir irgendwie den Kreuzgang irgendwie besetzen. Wir wollen dann quasi in diesen einzelnen Kirchen am Ende Mehrheiten gewinnen, um dort Punkte zu erlangen. Und dann gibt es noch so einen coolen Puzzle-Mechanismus auf seinem Board, wo wir dann noch so coole Boni freischalten können in Spalten- und Reihenformen. Und wir haben, ja, solche, ja, solche Leisten, bei denen wir je nachdem, was für Aktionen wir machen, ja, diese Aktionen dann irgendwie noch stärker machen können. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie wir das beschreiben, aber wir können quasi unsere, unsere Aktionen noch upgraden. Auch mega cool. Und, ja, mega cooles Game. Also, ich weiß, ich habe es tatsächlich auch schon länger nicht mehr gespielt jetzt, aber es wird langsam mal wieder Zeit. Und als ich so die Liste durchgescrollt habe mit Spielen, die ich so mega cool finde, aber von denen man gar nichts hört, da war das ganz sofort, ganz weit oben. Ich wusste, es wird irgendwie die Eins oder die Zwei, jetzt ist die Zwei geworden. Und, ja, Monasterium sollte man sich angucken, wenn man auf einem ziemlich coolen Mechanismus steht, auf eine, ja, auf eine coole Spielerfahrung und vielleicht weniger, wenn man auf das Thema oder auf das Artwork Wert legt. Ja, vielleicht liegt es an diesen beiden Sachen, dass es so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber, ja, insgesamt, finde ich, hat es zu Unrecht so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und dann kommen wir zu Platz 1. Auf Platz 1 liegt bei mir The Warp. The Warp ist ein Sci-Fi 4X-Spiel, ja, ich würde sagen ein 3,5X-Spiel, was auch nicht ganz Sci-Fi ist, weil es tatsächlich, naja, auf einem Planeten stattfindet. Doch, es ist Sci-Fi, aber alle haben irgendwie immer gedacht, ja, das ist so ein Weltraumspiel. Aber nein, es findet überhaupt nicht im Weltraum statt, sondern auf einem Planeten. Und auf diesem Planeten spielen wir zwei Alienrassen oder wir können Fähigkeiten von zwei Alienrassen haben und wir versuchen dann, ja, auf diesem Planeten möglichst effektiv uns auszubreiten, möglichst effektiv die Gegner an Schach zu halten und vor allen Dingen möglichst effektiv Missionen zu erfüllen. Denn, ja, es läuft einfach so, es ist quasi ein Planet und Hexfelder und wir können diese Hexfelder einnehmen, indem wir unsere Einheiten da reinschieben und wir können auf diesen Hexfeldern Gebäude bauen, die uns dann Produktionen und Ressourcen geben und so weiter und so fort. Und es ist aber so, dass wir immer Missionskarten auf der Hand haben, die wir erfüllen können. Das ist dann in den drei Kategorien irgendwie Kampf, Wissenschaft und Ökonomie. Und es gibt aber auch Aktionskarten, die immer offen ausliegen. Da muss man immer auf Zack sein, was denn da gerade offen ausliegt, um das möglichst dann auch erfüllen zu können. Und dann, ja, gewinnt am Ende derjenige, der es geschafft hat mit seinen Alienrassen, ja, das möglichst schlau zu machen, möglichst viele Missionen in kurzer Zeit zu erfüllen. Ein richtig cooles Teil. Es hat auch, vor allen Dingen hat es einen Huckepack-Mechanismus. Wir können am Anfang, wenn wir dran sind, ja, quasi eine Aktion auswählen. Und je nachdem, welche Aktion wir gemacht haben, können alle anderen diese Aktion auch machen in abgeschwächter Form. Und für jeden, der diese Aktion auch macht, bekommt man dann noch was. Also das finde ich schon mal, das ist halt einfach so ein Mechanismus, den liebe ich. Das hat Coffee Traders auch in der ähnlicher Form, diese Huckepack-Mechanismen, wo man auch immer interessant findet, was die anderen so machen, sind einfach Gold wert in Spielen, weil sie die Downtime einfach so sehr verringern, weil man immer dabei ist, weil man immer was zu tun hat, immer positiv belohnt wird für irgendwas. Ein super, super cooles Spiel. Ja, das Setting hätte ein bisschen cooler sein können, als irgendwie auf so einem langweiligen grauen Planeten, braunen Planeten. Das sieht auch ein bisschen krude aus und die Figuren sehen auch ein bisschen seltsam aus und so. Alles ein bisschen seltsam, aber das Spiel ist toll. Ein richtig cooles 3,5X-Spiel. Das waren meine Lieblingsspiele, die unter dem Radar laufen. Ich bin sehr gespannt auf eure Comments, auf eure Spiele, die auch unter dem Radar laufen. Vielleicht ist da das ein oder andere Spiel, was ich mir selber auch nochmal angucken muss. Da bin ich sehr gespannt drauf. Haut auf jeden Fall da in die Tasten. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo da zu lassen, mir einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ein weiteres Video hier auf meinem Kanal zu gucken. Es gibt so viele Videos hier auf meinem Kanal. Da wird sicher das eine oder andere bei sein, was noch für euch interessant ist. Ja, hier oben ein Gespielt-Video. Das sind sieben Spiele, die ich immer so vorstelle und noch einranke in einer random Kategorie, in einer zufälligen Kategorie. Ist vielleicht auch ganz lustig. Schaut einfach mal rein. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.